Tatsächlich weg? So Schauen wir uns doch mal die Features von dem Lager an Das wird ja nicht ohne Grund so wichtig sein Südsteinstaub Stein Belohnungslager öffnen Im Belohnungslager werden überschüssige Rohstoffe und Gegenstände verstaut Achte auf das Symbol auf der Karte Du kannst im Dorf und an allen eroberten Außenposten Leuchtfeuern oder Lagerfeuern auf deine Belohnungslager zugreifen Gegenstände werden bei der Eroberung eines Außenpostens oder beim Anstieg der Bevölkerung automatisch hierhin gebracht Scylla, die Sammlerin wird ebenfalls täglich neue Dinge hinzufügen wenn du ihre Hütte errichtet hast einschließlich seltener Gegenstände beim zweiten Upgrade Sieh regelmäßig nach und nimm dir alle Gegenstände die du brauchst Waffen immer gut Was ist das für Stachelbombe? Okay Okay Nahrung ist voll Dorfrohstoffe Okay Venture helfen, Eskorte Bring eine Gruppe Venture an Sicherheit, Schwierigkeit, Gleichbelohnung, Bewohner Besonderheit, ein Fähigkeitspunkt Mach mal Chef Machen wir Was haben wir hier? Unbekannter Ort Unbekannter Ort Braunbär Kann schwimmen fürchtet sich nicht vor Feuer Blöd Okay Wapit Nee Hirsch Einfachsames Beutetier Belohnung Hirschhaut So was Schau mal kurz ins Handwerk Es fehlt ein Wildschwein damit wir das Ding machen können aber wir können einen Speer bauen Was auch Oh Okay Oh, oh, oh. Was zum Geier ist das? Die Kletterkralle, wo ist die denn? Das sind andere Dorfbewohner, so wie es aussieht Die Kletterkralle ist zum Beispiel da unten haben wir eine Gruppe von Feinden Udam Die Nacht ist dunkel und gefährlich Die Sicht ist schlecht Viele Raubtiere sind auf der Jagd Erkunde die Welt bei Nacht und entdecke einzigartige Tiere Pflanzen und Fundstücke Waffen in Sünden nahe ich mittlerweile raus Dankeschön ane ich Geh! 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 Wenja siegreich! Da drüben brennt's auf jeden Fall nicht dann los. Wärts schön wenn ich rüberkommen könnte. Da drüben brennt's. Damn! Fleisch! Ich hätt's eigentlich wissen müssen. Ah, das mit dem Speer? Gute Sache! So halt, Moment, ich hab ja hier Fähigkeitspunkte. Blender aufdecken. Sammelfähigkeit. Ah, ich verstehe. Überlebensfähigkeit. Heil im Sprint. Verbesserte Gesundheit. Primitive Heilung. Was brauchst du dann? Mehr live kann nicht schauen. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020 so mein Freund jetzt bist du fällig der scheiß brennt tatsächlich runter wow 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 meine Beute ich hab den Wald im Brand gesetzt coole Sache was willst du du auch komm so Oh, watch out! Sakwi! Fire! Untertitelung des ZDF, 2020 Na ja, es wird eh wieder hell Da geht das klar, denke ich Das ist doch auch ein dick Schau. Was? 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 Oh